Hallo? Meine Mama sagt immer, ich bin ihr spezielles Kind. Ich weiß nicht, was sie damit meint, aber... Hallo Boden? Boden? Hallo? Hören Sie mich? Ich glaube der Boden ist tot. Der Boden riss. Die Würmer ist verloren. Die sich haben gespawnden, Mutter Erde redet nicht mit mir. Ich frage mich, ob dieses Ding Batterien hat. Ich schwöre dir, daran ist jemand. Ich bin der Beat, ich geh jetzt rein. Geh nicht, der steht an der Treppe. Bleib mal stehen kurz. Du hast bestimmt nur Geschmacksverehrungen, Alter. Oh, oh, holy fuck! Hallo? 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 Nein, warte doch mein Freund. Alles ist gut. Alles ist gut. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Tötet ihn! Tötet ihn! Ich habe mir jetzt Angst, Alter. Hm, der hat doch nichts. Oh, der ignorante Wichser. Eigentlich gleich ins Gesicht so, ne? Die fährt immer noch hinterher. Oh, was hat er denn? Er hat sogar ne Batterie. Easy, her damit. Hier spricht die Polizei! Hände hoch! Sie sind umzingelt! Bratmann! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Das Ding ist geil. Bratmann! Bratmann! Das ist Ihre letzte Chance! Brat- Bratulia! Br- Brattata! Br- Bratata! Br- Br- Bratata! Was ist das mit ihm? Stop right there, criminal scum! Wo ist das? Sie sind? Ihr... Ihr unter Arrest! Huh? Hei, Junge! Jo... 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 Ich behörte dich. Ja... Ich behörte dich. Jo... You? Jo... Und jetzt? Hallo? Leise Leise? Gerade war besser? Jetzt? Hallo? Ja, jetzt ist gut Ich stößt so lauter Ein bisschen lauter Ein bisschen? Ein bisschen? Renkruz hat nur die Klappe, sie konnte nicht mehr ihre Waffe kontrollieren Ah!